hehehe hehehe weiß aus jo Leute was geht ab? hier ist Memo 27 wieder am Start willkommen zu einem neuen Video ja Leute wir machen heute Challenge mit Marvin mit Abner erzähl mal was für ein Challenge das ist Challenge ist mit Wasser ein bisschen das Gesicht hier frisch machen und so ok hinter dem Kamera ist Michael wer von euch wiegt mehr? nein wer von euch hat einen längeren Arbeitstag? wer von euch ist nur ein Onkel? scheiße ok 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 was braucht ihr lieber? Shisha oder Siaretten? beide ok wer von euch braucht mehr Shisha? ha 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 wer ist von euch lustiger drauf? wer von euch kann besser kochen? ha 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 wer isst mehr von euch? ha 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 wer trinkt mehr? ha 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 So, erstmal Gesicht hier nass machen. Wer von euch mag lieber Pizza oder Döner? Mein Kopf hat da nicht rein. Okay. Mein Kopf ist einfach zu fest. Mach jetzt. Ja. Sonst helfe ich nach. Genau so. Genau so. Wen hast du am liebsten, Mama oder Papa? Beide. Beide. Wer ist der ältigste von euch? Habt ihr bunte Schuhe? Ich hab bunte. Ja, weil ich weiß, dass Michael Gelbert, du hast jetzt rote an. Also keiner Standard Schuhe. Okay. Fernsehen oder Netflix? Netflix. Eindeutig Netflix. An deiner Schuhe ist gar nichts drauf, aber okay. Ja, jetzt. Okay. Jo Leute, das war's noch mit dem Video. Wie ihr seht, sehe ich gerade so ein bisschen weiß aus. Warte, hör auf damit. Nö. Nö. Folgt mal auf Instagram. Michael und Marvin und Artmann. Einfach unten in Beschreibung. Ist alles verlinkt und so. Einfach hier unten. Kisch, kisch, kisch. Abonnieren nicht vergessen. Genau. Kisch, kisch, kisch. Tschau. Vertraue. Tudo wieder. Tada. Firma. Israeli. Kerraim.